mach dich bereit zu einer neuen runde stand da eben das wollen wir doch mal machen zombie schnell wieder aus land und der fiche blöden wasser teufelscheißen dreck die gebe richtig auf den sack das stimmt die sind ja die sind auch so superschnell ja genau superschnell und dann denkst du so du hast es gerade geschafft und haben sie schon mehr loch in den arsch gebissen muss wieder verbinden ja sehr gut munition sehr schön sehr sehr gut ich sehe da schon wieder so ein paar das ist die die grüne tonne dann geht das ja ich dachte schon hier ist schon wieder so eine schwamm mutter unterwegs wo ich hier geradeaus so schön so sind dunkeln ist auch echt nicht so schön das stimmt rechts rechts wurde schon geballert ich habe immer die rübe weggeschossen gut und gut dass du mir den tipp gegeben hast weil dann ist die wirklich gleich weg nur auf den körper schießt dann dauert das immer stimmt da können sie einiges fressen dann ja so das blau das ist sehr gut ich habe das gefühl ich werde die ganze zeit ich werde gleich von der seite irgendwie erschossen was ich glaube die schließen auch irgendwie mit flachs oder so hört sich so an hast du das hindernis gefunden dass den hinweis ja den einen hier hinten habe ich schon gemacht ja ich habe doch hier auch eingesehen der so blau leuchtet wo ist der denn hin weiter links von dir in richtung nordosten ok wir nähern uns aber glaube ich echt den ballern jetzt soll ich von rechts wieder ein bisschen ballern servieren baller man hier nicht ist da und für die spinne oder so was aber gut dass hier kein wasserteufel auftaucht mit der erkältung in der hand hat dann blau blau gut das schwamm war mutter und so scheiß feuer teufel auch da ballert aber einer gut ab schlechter wird schon jetzt bin ich da runtergefallen ich komme dir bei der ja das ist super arbeit zum gelände er hat recht alter waldlauf hier hier ist die spinne und es sind auch gegner schon da und bekämpfen sie hoch alter da geht's ab da drinnen muss erst mal nachladen gleich sind wir des todes hoch für ballert gerade auf die schwamm mutter oder ja und ich habe einen erwischt ja Ah. Du gehst nach oben, ne? Ja. Okay, dann hocke ich hier mal kurz. Jo, zweimal habe ich ihn getroffen, ey, mit der Pistole. Aber trotzdem ist er nicht umgefallen, scheiße. Du musst jetzt hier gerade jetzt, also quasi, hier ist er lang gelaufen, ne? Ja. Oh, er wirft. Oh, er hat dich erwischt. Oh, ich sehe nichts. Ja, scheiße. Ich habe nur noch grün gesehen und dann bam, bam. Ja, krass. Ich habe ihn am Kopf getroffen, oder fast am Kopf. Dann auf den Körper und dann, ja. Oh, ich sehe ihn nicht. Vielen Dank.